Aber ich muss euch heute sagen, ich bin leider schwer alkoholkrank, ich bin schwer depressiv und ich lasse mich heute in eine Klinik einweisen. Ich habe gedacht, du schaffst das, du schaffst das. Aber ich schaffe es nicht. Kein Pole trinkt Wasser. Wir brauchen das zum Feuerlöschen, aber sonst nie. Das Problem war, wo der Alkohol einfach mich bestimmt hat, mich und nicht ich den Alkohol. Bikes! Bikes! WRB Bikes! N팅! Bikes! Untertitelung des ZDF, 2020